Herzlich willkommen zu Urknall Weltall und das Leben. Alexander Warmut vom AIP, das kennen Sie ja mittlerweile sehr gut von den Babisberger Sternennächten hier bei uns auf dem Kanal, also das Leibniz-Institut für Astrophysik in Potsdam, der hat uns freundlicherweise in einem detaillierten Vortrag die Mission Solar Orbiter erklärt. Ich verlinke den Vortrag hier nochmal, falls Sie ihn verpasst haben. Aus erster Hand Information, er ist ja selber involviert in die Geschichte. Und da gab es eine Reihe von Fragen, beispielsweise konkret zur Kernfusion jetzt in Sternen, auch zu den Auswirkungen auf der Sonnen-Corona, auf dieser obersten Schicht und knapp außerhalb der Sternatmosphäre gewissermaßen. Auch die Heliosphäre war ein Thema, also die maximale Auswirkung des Sterns nach draußen hin ins interstellare Medium. All das wird der Alexander für Sie jetzt beantworten. Viel Vergnügen! Ich hatte ja vor kurzem über den Solar Orbiter vorgetragen, die neue große europäische Raumfahrtmission, die die Sonne untersucht. Und ich möchte jetzt in diesem Teil hier Fragen beantworten, die jetzt nicht wirklich direkt mit dem Solar Orbiter zu tun haben, aber sehr wohl mit der Sonne. Die erste Frage stellt Therodon. Was mich schon immer interessiert hat, müsste es in der Sonne nicht eigentlich einen Kern aus schweren Elementen geben? Und darum erst eine Schale um diesen Kern, wo dann eigentlich erst die Kernfusion stattfindet. Denn alle schweren Elemente, seien sie nun von der Sonne selbst oder nachträglich in die Sonne gestürzt, müssen ja irgendwo hin und von der Schwerkraft doch eigentlich ins Innere gezogen werden. Das ist eine sehr interessante Frage, weil wir kennen es ja von der Erde. Der Erdkern ist metallisch, hat eine höhere Dichte als die darüberliegenden Schichten. Selbst bei den großen Gasplaneten wissen wir, dass unter dieser Gashülle sich höchstwahrscheinlich ein Kern aus Metall und Fels befindet. Warum ist es bei der Sonne eigentlich nicht so oder ist es so? Zum einen müssen wir bedenken, die Sonne ist anders entstanden als die Planeten. Die Sonne ist direkt aus dem Kollaps einer großen Gaswolke entstanden, während sich die Planeten dann in einer Scheibe um die Sonne gebildet haben. Sozusagen das waren die Rückstände von der Bildung der Sonne. Und in dieser Scheibe konnten sich die Planeten nur bilden, weil da verschiedene Elemente aus dem Gas auskondensieren konnten, dann kleine Staub gebildet haben, der sich dann immer mehr zusammenballen konnte, sodass schließlich die Planeten entstanden sind. Im Inneren des Sonnensystems haben wir die terrestrischen Planeten, die von Felsen dominiert sind, während weiter außen die Riesenplaneten sind, die hauptsächlich aus Gas bestehen. Warum ist das so? Nun, im Innensonnensystem war es zu heiß, dass sich Stoffe wie Wasserstoff und Helium auskondensieren konnten. Das heißt, hier konnten nur schwere Elemente auskondensieren, wie Silizium, Eisen, was auch immer. Das heißt, die Planeten im Inneren sind von diesen schweren Elementen dominiert. Nur außenweiter konnten sich dann aus den leichteren Elementen wirklich Planeten bilden. Woher wissen wir aber eigentlich, welche Elemente es auf der Sonne oder sogar in der Sonne gibt? Nun beobachten können wir ja direkt nur die Oberfläche der Sonne. Die Photosphäre, aus der uns das meiste Licht erreicht, diese Photosphäre können wir spektroskopisch untersuchen. Das heißt, wir schauen uns das Spektrum der Sonne an, zerlegen das Licht in seine Regenbogenfarben und da sehen wir typische dunkle Streifen in einem Sonnenspektrum. Das sind die sogenannten Fraunhofer-Linien. Das sind die Fingerabdrücke der Elemente, die sich in der Sonnenatmosphäre befinden. Und wenn wir diese Spektralanalyse durchführen, dann sehen wir eben, dass an der Oberfläche der Sonne tatsächlich der Wasserstoff mit ungefähr drei Viertel der Masse dominiert. Etwas weniger als ein Viertel ist dann das Helium und nur 1,3 Prozent der gesamten Masse in der Sonnenatmosphäre kommen von schweren Elementen oder Metalle in der Astronomie bezeichnet. Alles, was schwerer ist als Helium, als Metall. Das sagt ja noch nichts darüber aus, wie es jetzt im Inneren der Sonne aussieht. Wir können zu einem gewissen Teil auch sie ins Innere reinsehen. Es gibt die Helioseismologie. Das ist also eine Methode, da schauen wir uns an, Schwingungen auf der Sonnenoberfläche. Durch die Sonne laufen dauernd Schallwellen durch. Die Sonne schwingt beständig. Und wenn wir diese Schwingungsmuster analysieren, dann können wir gewisse Rückschlüsse darüber anstellen, wie es im Inneren der Sonne aussieht. So wie man es mit Erdbeben bei der Erde macht, wo es eine Störung gibt und man die Ausbreitung verfolgt, und deshalb Rückschlüsse darauf ziehen kann, wie es im Inneren der Erde ausschaut. So können wir es auch bei der Sonne machen. Und mit dieser Methode können wir zumindest die Konvektionszone der Sonne beobachten. Das ist also die Zone unmittelbar unterhalb der sichtbaren Oberfläche. Die geht ungefähr bis hierher, bis ein Drittel oder so vom Radius der Sonne. Und dies dominiert, wie der Name schon sagt, durch Konvektionsströmungen. Also heißes Gas kommt aus dem Inneren der Sonne hoch, kommt an die Oberfläche, strahlt seine Energie ab. Das ist das, was wir hier sehen, kühlt deshalb ab und fällt dann wieder in das Sonneninnere zurück. Das heißt, es bilden sich so zellenartige Strömungen aus, die sogenannten Konvektionszellen. Das heißt, es brodelt wie in einem Kochtopf. Und was Ähnliches passiert ja auch im Inneren der Erde. Das treibt die Kontinentaldrift an. Aus der Helioseismologie wissen wir jetzt, dass zumindest diese Konvektionszone durch diese Strömungen sehr gut durchmischt ist. Und das heißt, die Elementenhäufigkeit in dieser Zone ist praktisch gleich dem, was wir an der Oberfläche beobachten. Was ist aber jetzt von den Inneren Zonen der Sonne, von der sogenannten Strahlungszone, wo die Energie hauptsächlich durch Strahlung transportiert wird, und dem eigentlichen Kern der Sonne, wo die Energie produziert wird, wo die Kernfusion stattfindet. Das können wir nicht direkt beobachten. Wir sind also auf Modellierungen angewiesen. Wir wissen, wie die Sonne an der Oberfläche aussieht. Wir kennen die physikalischen Gesetze. Das heißt, wir können rückrechnen, welche Bedingungen müssen im Inneren der Sonne herrschen. Das ist natürlich nicht hundertprozentig befriedigend. Es gibt Unsicherheiten. Aber wir haben einen Vorteil. Es gibt tatsächlich auch ein Signal aus dem Zentrum der Sonne, was wir direkt messen können. Und das sind die solaren Neutrinos. Also Neutrina sind Elementarteilchen, die extrem schwach mit der übrigen Materie wechselwirken. Das heißt, innerhalb von einer Sekunde werden wir hier ständig durch Abermilliarden von Neutrinos durchlöchert. Wir spüren aber nichts davon, weil diese Teilchen eben kaum mit Materie interagieren. Und das heißt, sie können auch mehr oder weniger ungestört vom Zentrum der Sonne rauskommen. Die Fusionsprozesse, die im Inneren ablaufen, da gibt es verschiedene Typen davon. Und jeder hat seine charakteristische Neutrino-Signatur. Also das Spektrum der Neutrinos sieht dann anders aus. Diese ganzen Fusionsprozesse sind sehr temperaturabhängig. Das heißt, wenn wir jetzt das Neutrinospektrum messen, dann können wir zum Beispiel wirklich bestimmen, wie hoch die Temperatur im Kern der Sonne ist. Ungefähr 15 Millionen Grad. Und dann können wir natürlich sehen, passt das mit unseren Modellrechnungen zusammen? Und wenn alles zusammenpasst, dann sind wir glücklich und glauben, die Sonne verstanden zu haben. Im Moment sieht das so aus, dass das wirklich gut hinhaut. Das würde jetzt nicht hinhauen, wenn sich im Zentrum der Sonne wirklich so ein Kern mit schweren Elementen befinden würde. Also das würden wir merken, wenn das der Fall wäre. Wir können jetzt sagen, aus anderen Überlegungen, Studien wie so Elemente, die schwerer sind, absinken. Das nennt man Gravitational Settling. Also schwere Elemente ist richtig, setzen sich eher ab. Das wird aber natürlich durch Konvektionsströmungen und auch durch hohe Temperatur, die ja auch nichts anderes ist als schnelle Bewegung von Teilchen, wird dieses Absenken wieder gebremst. Und aus diesen Rechnungen glaubt man eben, dass der Anteil von schweren Elementen im Kern der Sonne tatsächlich nur ein paar Prozent größer ist, als wir es an der Oberfläche messen. Das ist also ein ganz schwacher Effekt. Und mit den derzeitigen Instrumenten, zum Beispiel wenn wir uns die Netrinos ansehen und das mit den Modellrechnungen vergleichen, dann kann man diesen Effekt auch nicht direkt sehen. Also ja, im Prinzip ist es richtig. Im Inneren der Sonne gibt es mehr schwere Elemente, aber es ist ein sehr schwacher Effekt, der eigentlich kaum praktische Relevanz hat. So, gehen wir vom Zentrum der Sonne jetzt in höhere Schichten, zwar in die Corona. Schneider Marianne fragt, könnte es nicht sein, dass die Sonnenoberfläche aufgrund ihrer hohen Teilchenlichte viel Wärmeenergie aufnehmen kann, die durch die Magnetfelder entsteht und daher sich nicht zu stark aufheizen kann. Aber die sehr dünne Teilchenlichte in der Corona genau dies zulässt und deshalb die hohen Temperaturen von mehreren Millionen Grad erklären kann. Also einfach nur der Effekt gleiche Energiemenge wirkt auf weniger Teilchen. Also wenn ich die Frage richtig verstehe, ist gefragt, der Heizungsprozess durch Magnetfelder ist ja deshalb in der Corona wichtig, weil die Teilchendichte gering ist und in tieferen Schichten eben vernachlässigbar oder die tieferen Schichten kommen nicht auf so hohe Temperaturen, weil es eben dort so eine hohe Zeilchenzahl gibt. Schauen wir uns dazu mal ein paar Zahlen an. Die Strahlungsleistung in der Photosphäre pro Quadratmeter, also ein Quadratmeter Sonnenoberfläche, strahlt 40 Megawatt an Strahlung aus. Das ist eine enorme Menge. Für die Heizung, für diese zusätzliche Heizung der Corona, benötigen wir nur ein Kilowatt pro Quadratmeter. Das heißt 40.000 mal weniger. Das heißt im Vergleich zu dem, was wirklich jetzt von der Sonne direkt an Strahlung ausgestrahlt wird, ist diese Corona-Heizung, die wir brauchen, minimal. Aber wir brauchen sie. Diese Leistung kann von den Magnetfeldern zur Verfügung gestellt werden. Wir können ja die Magnetfeldstärken auf der Sonne messen und wir wissen, ja, im Prinzip gibt es da genug Energie, um das zu erklären. Auf jeden Fall können wir niemals auf so einen Wert kommen. Und wir wissen ja auch, dass die Sonne an sich wird ja nicht durch Magnetfelder geheizt. Die Heizung in der Sonne passiert durch die Kernfusion, die im Zentrum sich abspült. Die Energie wird dann durch Strahlung und durch heiße Gasströmungen nach oben transportiert und schließlich in der Photosphäre ausgestrahlt. Wenn wir uns jetzt aber die Magnetfelder ansehen, dann ist das richtig. Im Prinzip können zwei Sachen passieren. Entweder können sich entlang von diesen Magnetfeldern Wellen ausbreiten, also die werden praktisch verursacht durch diese turbulenten Gasströmungen, hier an der Sonnenoberfläche und in etwas tieferen Schichten. Und diese Wellen können dann ihre Energie in der Corona freisetzen. Oder die zweite Möglichkeit ist Heizung durch Nano-Flares. Das sind also sozusagen die kleine Version von den Flares, von den Sonneneruptionen, die wir ansonsten gut beobachten können. Aber die sind eben so klein, dass man sie nur sehr schwer oder vielleicht sogar überhaupt nicht beobachten kann. Aber es gibt enorm viele von denen und die könnten summiert dann die Corona heizen. Da wird praktisch die Energie direkt aus dem Magnetfeld genommen. Da entsteht ein magnetischer Kurzschluss, die sogenannte Rekonnektion und dann kann Gas geheizt werden. Beide Prozesse spielen sich hauptsächlich tatsächlich in der Corona ab. Also die Bedingungen in der Corona sind so, dass diese Energiefreisetzung, zum Beispiel die Rekonnektion, am besten in der Corona funktioniert und schlechter in niedrigeren Schichten. Das hat damit zu tun, dass die Temperaturen dort geringer sind und die Dichten höher sind. Aber nehmen wir jetzt mal an, dass zumindest ein Teil der Energiefreisetzung nicht nur in der Corona passiert, sondern auch in den unteren Schichten, zum Beispiel in der Photosphäre. Könnte sein, wie genau die Heizung in der Höhe verteilt ist, das ist noch nicht so gut verstanden. Aber nehmen wir mal an, die Photosphäre würde genauso stark geheizt werden wie Corona. Dann ist das natürlich im Verhältnis zu dem, was aus dem Sonneninnern kommt, absolut zu vernachlässigen. Das ist, wie gesagt, ein 40 Tausendstel davon. Und warum ist das so? Das ist genauso, wie es in der Frage formuliert war. Die Teilchendichte ist sehr hoch, das heißt, die Energie, die hier im Magnetfeld freigesetzt wird, muss auf sehr viele Teilchen verteilt werden. Und im Vergleich dazu, was von der Sonne unten kommt, können wir das vergessen. In der Corona ist es anders. Da kommen zwar auch diese 40 Megawatt pro Quadratmeter von unten, aber die Corona ist, wie gesagt, sehr dünn. Und das heißt, sie ist praktisch transparent. Die Strahlung kann ungestört rausgehen, ohne in der Corona selbst allzu viel Energie abzugeben. Sonst könnten wir die sichtbare Sonnenoberfläche gar nicht sehen. Wenn die Corona die ganze Energie oder ein Großteil absorbieren würde, dann würden wir die Corona sehen, wenn wir mit bloßem Auge auf die Sonne sehen. Das ist aber normalerweise nicht der Fall, nur wenn es eine totale Sonnenfinsternis gibt. Also, lange Rede, kurzer Sinn. Jawohl, es gibt Heizung durch Magnetfelder. Und die kann in der Corona nur deshalb diese hohen Temperaturen erzeugen, weil sich die freigesetzte Energie auf relativ wenig Teilchen verteilt, weil die Dichte so gering ist. So, für die letzte Frage gehen wir jetzt zu den ganz großen Skalen. Ist die Reichweite der Heliosphäre eigentlich immer gleich, oder ändert sich diese, da ja die Sonne auch größer wird? Fragt Let's Play Guitar. Nochmal kurz, was ist eigentlich die Heliosphäre? Wir wissen ja aus der Corona der Sonne, die Corona der Sonne ist nicht stabil, sondern aus ihr strömt ständig ein heißer Gasstrom raus, der sogenannte Sonnenwind. Der interstellare Raum ist kein echtes Vakuum. Auch der interstellare Raum wird durch heißes Gas ausgefüllt. Und jetzt bläst sozusagen dieser Sonnenwind eine Blase in den interstellaren Raum. Und alles, das ganze Gebiet, was durch den Sonnenwind dominiert ist, das nennen wir Heliosphäre. Die Heliosphäre wird vom interstellaren Medium durch die sogenannte Heliopause getrennt. Also hier ist wirklich Gas von außerhalb unseres Sonnensystems. Das ist der Bereich, den die Sonne dominiert. Inzwischen ist zumindest eine der zwei Voyager-Sonden, hat die Heliopause bereits erreicht und ist im interstellaren Raum. Also wir haben tatsächlich auch tatsächlich ein menschengemachtes Objekt, was jetzt den Einflussbereich unserer Sonnensystems verlassen hat. Die Heliopause ist wahrscheinlich nicht symmetrisch, weil unsere Sonne bewegt sich auch relativ zum interstellaren Medium. Da kann dann noch so eine Bugwelle entstehen. Im Moment glaubt man, dass diese Relativgeschwindigkeit nicht besonders hoch ist. Das heißt, die Heliosphäre ist nicht so extrem langgezogen, wie hier noch dargestellt. Sie ist vielleicht etwas symmetrischer. Aber auf jeden Fall hat sie ungefähr Ausdehnung von 120 astronomischen Einheiten, also 120 mal der Abstand zwischen Sonne und Erde. Das ist so der Mittelwert. Jetzt muss man sich fragen, wodurch wird diese Größe eigentlich bestimmt? Im Prinzip bildet sich die Grenze ja dort aus, wo der Druck vom Sonnenwind gleich wird dem Druck vom interstellaren Medium. Da stellt sich dann ein Gleichgewicht ein und da habe ich dann meine Grenzschicht. Das heißt, wenn sich jetzt der Sonnenwind ändert, dann wird sich auch die Größe der Heliosphäre ändern. Wir wissen, dass der Sonnenwind sehr stark mit der magnetischen Aktivität der Sonne zusammenhängt. Die Corona wird von den Magnetfeldern geheizt und der Sonnenwind wird auch im Endeffekt von den Magnetfeldern beschleunigt. Das heißt, wenn die Sonne magnetisch aktiver ist, müsste auch der Sonnenwind stärker wehen. Und das sieht man tatsächlich auch in Daten. Also man hat hier in Schwarz zum Beispiel den Massenverlust der Sonne durch den Sonnenwind von 1995 bis heute mehr oder weniger. Und hier zum Vergleich in Grün haben wir den magnetischen Fluss der Sonne. Also der Anteil an den Magnetfeldern, die wirklich weit rausgehen ins Sonnensystem. Und man sieht, dass es hier gewisse Korrelationen gibt. Also wenn der magnetische Fluss höher ist, ist auch die Massenverlustrate höher. So, jetzt ist die Frage, wie ändert sich das jetzt über die Evolution der Sonne? Die Sonne wird ja später immer größer, hieß es. Das ist richtig. Wir können aber auch mal zurückgehen und uns fragen, wie die Heliosphäre früher ausgesehen hat, wie die Sonne noch jünger war. Wir hatten gesagt, die magnetische Aktivität ist hier das Entscheidende. Und wir wissen, dass die Sonne früher magnetisch sehr viel aktiver war als heute. Das hat damit zu tun, dass sich die Sonne früher schneller um ihre Achse gedreht hat als heute. Die Rotationsgeschwindigkeit ist wichtig für den Dynamo-Effekt, der die Magnetfelder im Inneren der Sonne erzeugt. Das heißt, je schneller ein Stern rotiert, desto mehr Magnetfelder können erzeugt werden. Die Sonne hat sich von dieser ursprünglichen schnellen Rotation bis heute abgebremst. Da ist übrigens auch der Sonnenwind dafür verantwortlich. Die Magnetfelder, die in den Sonnenwind rausgehen, die führen sozusagen jetzt Drehimpuls ab. Das heißt, das bremst. Magnetisches Bremsen nennen wir das. Wie schaut das dann im Endeffekt aus? Es gibt Modellrechnungen, die sagen, dass zum Beispiel vor dreieinhalb Milliarden Jahren, da war die Sonne erst eine Milliarde Jahre alt, dass da die Heliosphäre Ausdehnung von ungefähr tausend astronomischen Einheiten hatte. Heute sind es, wie gesagt, ungefähr 120. Das heißt, sie ist schon mal signifikant geschrumpft. Wie wird es jetzt in Zukunft weitergehen? Nun, auf absehbare Sicht wird die magnetische Aktivität der Sonne eher weiter nachlassen. Das heißt, die Heliosphäre wird tendenziell eher kleiner werden. Allerdings dann am Ende des Lebenszyklus der Sonne in ungefähr vier Milliarden Jahren, da beginnt dann die Phase, wo die Sonne wirklich sich aufbläht, ins rote Riesenstadium eintritt. Und da glaubt man, dass der Sonnenwind in dieser Phase zwar langsamer sein wird, weil auch die Temperaturen geringer sind. Allerdings wird da höhere Dichte haben, sehr viel höhere Dichte. Und in Summe wird das eine um Größenordnung höhere Massenverlustrate zur Folge haben, als wir sie heute beobachten. Und das heißt, da müsste auch eigentlich die Heliosphäre deutlich größer werden. Genaue Werte dafür gibt es nicht. Man kann da nur Modellrechnungen anstellen. Es ist außerdem sehr, sehr schwierig, Winde auf anderen Sternen zu beobachten. Das heißt, wir wissen da von den roten Riesen vielleicht nicht alle Details, die wir wissen müssten, um so eine Vorhersage zu machen. Aber tendenziell wird sie sicher größer werden. Und ganz am Schluss kann es dazu kommen, dass die äußersten Schichten dieses roten Riesen abgesprengt werden, in den Weltraum hinausfliegen. Da bildet sich dann ein sogenannter planetarischer Nebel aus. Das ist also die Außenschicht des Sterns, die dann expandiert. Und diese planetarischen Nebel können bis zu einem Lichtjahr groß werden. Das wären dann 60.000 astronomische Einheiten. Das ist dann keine klassische Heliosphäre mehr, aber es ist ein Bereich, der von der Materie des Sterns dominiert wird. Das heißt, die Heliosphäre der Sonne war erst sehr groß, ist inzwischen kleiner geworden, wird noch ein bisschen kleiner werden und am Schluss dann nochmal explodieren in der Größe. Ich möchte mich herzlich für die interessanten Fragen bedanken. Und wenn es weitere Fragen gibt, einfach in den Kommentar schreiben und wir sehen uns mal wieder. Dankeschön. Vielen Dank.